Der Fußball regiert im Sommer natürlich auch in Österreich aufgrund der Europameisterschaft bei unseren Lieblingsnachbarn in Deutschland. Wir haben das zum Anlass genommen, um etwas Fach zu simpeln. Und zwar mit dem Zeltweger Bürgermeister Günther Reichold, der ja auch eine Spielerkarriere hinter sich hat, mit 120 Einsätzen in der zweiten Liga und auch 15 Cup-Spielen. Österreich und ganz Europa im Fußballfieber und natürlich wollen auch wir darüber sprechen. Und das mit dem passenden Gesprächspartner. Normalerweise haben wir Günther Reichold als Bürgermeister von Zeltweg hier bei uns im Studio zu Gast. Heute allerdings als Fußballgröße unserer Region. Und Günther, um gleich im fußballerischen Du zu bleiben, du bist richtig ausgerüstet für die Euro. Ja, lieber Benjamin, ich habe auch für die was mitgemacht in Schal und dann die Hauben seit Ziton auf, weil wir wollen ja natürlich, dass Österreich so weit wie möglich kommt. Und sie spielen ja derzeit einen tollen Fußball. Sie sind, und was wichtig ist, eine Einheit, ein tolles Team, der ganze Kader, alle ziehen einen Anstrang. Und wir haben natürlich einen super Trainer, der die Burschen mental und taktisch super einstellt. Die Haube, die überlasse ich dir, die ist, glaube ich, von 2008. Tricks und Flicks, damals die Maskottchen. Das ist richtig. Die habe ich 2008 gekauft, da bin ich mit dem Junior und mit der Familie, natürlich mit der Frau und mit dem Luca in die Stadien gewesen. Und da haben wir uns diese Haube aufgesetzt. Und die habe ich heute mitgenommen. In Schal habe ich auch von damals. Den kriegst du. Und ich setze die Hauben auf und sage, alles Gute, immer wieder, immer wieder, immer wieder Österreich. Du bist schon richtig in Stimmung. Ich merke, die Euro grundsätzlich ein Fest, ein Fußballfest kann man sagen, oder? Ja, absolut. Und das ist ein Fest, sage ich auch, das ist ein Friedensprojekt auch. Die Menschen, die schweißen sich irgendwie zusammen und die raufen sich zusammen. Das ist auch wichtig. Es gibt dann am Feld zwar einen Kampf, aber im Anschluss danach. Und das ist das Schöne beim Fußball, beim Mannschaftssport. Gibt man sich wieder die Hände und klatscht Stopp und sagt, okay, heute war es halt ihr besser. Ich habe es ein bisschen mehr Glück gehabt. Und das ist das Schöne, das Verbindende am Fußball. Und ich glaube, das müssen wir vordergründig auch hernehmen. Und weil es halt einfach auch jeder machen kann. Fußballspielen tust du halt auf einer Wiesn, am Ball hast du auch gleich einmal. Und das ist so verbindend. Und da können alle mitspielen und alle mittun. Und man hat auch das Gefühl, es ist ein positives Lebensgefühl, was da nach Hause nach Österreich auch transportiert wird. Auch natürlich vom österreichischen Nationalteam. Und beim Fußball ist es auch so, da sieht man die Einheit. Wenn das eine Mannschaft ist und das zusammenhält, und da hat es schon viele Überraschungen gegeben, seinerzeit auch Dänemark, wie es Europameister waren, das ist einfach, du musst eine Einheit sein. Da darfst du keine Streitereien untereinander geben, kein Neid und, und, und. Sondern du kannst nur gemeinsam was erreichen mit einem gemeinsamen Ziel und einer Vision. Und da muss alles passen. Beim Verein muss einfach vom Ersatzspieler oder vom Kader bis zum Trainer, bis zum Vorstand, bis zu den Funktionären muss das passen. Und da wünsche ich mir, und da siege ich mit Österreich, die haben ein tolles Team. Das ganze Team ist super. Und ich hoffe, dass sie so weit wie möglich kommen. Und das, was du angesprochen hast, gilt, glaube ich, auch für das tägliche Leben, oder? Aber Teamwork wichtiger als, vielleicht auch, wenn es großartig ist, trotz allem Einzelleistungen. Ja, absolut. Teamwork ist, das ist das ganze Leben, hast du mit Menschen zu tun. Und es ist immer ein Miteinander. Und auch dort oder da muss es dann Entscheidungen geben, die man treffen muss. Aber die muss man dann inhaltlich und gemeinsam irgendwie dahinterstehen. Und beim Fußball ist das nichts anderes. Das ist die beste meines und überhaupt der Mannschaftssport, egal was für ein Mannschaftssport ist, oder generell Sport ist die beste Lebensschule fürs Leben. Ich glaube, dieser Schal steht mir wunderbar, aber diese Haube, die schlägt heute alles, glaube ich. Und unser Maskottchen hier bei uns im Studio. Eine Frage bezüglich deines persönlichen EM-Erlebens. Wie verfolgst du die Spiele? Public Viewing, zu Hause entspannt? Ja, teils, teils. Public Viewing, aber auch zu Hause mit der Familie natürlich. Aber ich war bei der WM jetzt ja schon wirklich zum Teil so zu Tränen gerührt, weil es einfach so schöne Erfolge sind, wenn man irgendwo das Gemeinschaftsgefühl irgendwie feiern kann. Und ja, es ist schön. Ich hoffe, dass sie eben, wie gesagt, noch weit kommen. Und ich wünsche ihnen wirklich alles, denke ich, Gute. Und dass sie so beieinander bleiben, so ein Haufen, so eine Kameradschaft, so ein Teamwork. Das stellen wir generell vor fürs Leben. Dann hoffen wir, dass es weit geht, dass es noch großartige Spiele sind bis zum Finale am 14. Juli. Und diese Haube kommt bis dahin nicht runter, sage ich zumindest. Ich meine, das...